Meine Damen und Herren, wir kommen zum Höhepunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden der Deutschlandfunk und Rias Berlin diese Sendung übernehmen und ausstrahlen. Deshalb haben wir einen kleinen Gag vorbereitet. 1948 schrieb Norbert Schulze ein Rias-Gute-Nacht-Liedchen. Dieses Lied lag seit 1948 bis zum heutigen Tage. Rudolf Schock wird die Komposition eines Rucksack-Berliners mit freundlichen Grüßen von Hannover nach Berlin heute uraufführen. Er wird begleitet von Norbert Schulze am Klavier und den Herren des Ensemble Klassik. Rias' Gute-Nacht-Liedchen 1948. Liebes Kind, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Schließ die Augen, schlaf ein, gute Nacht. Treu von Frieden, von Heim, der um Wiedersehen bist du fröhlich am Morgen erwacht. Schau hinauf, liebes Kind, zum Mond und Stern. Trau von Frieden, von Frieden, von Frieden, die heute noch fern. Heines Tags, sauf ein, gut und Stern. Kein Tag werde sie wieder zurück. Lässt der Wind auf Nacht durchs Rad her reicht. Trotz der Regen durch die Wand. Morgen früh wird der Sonn vorüber sein und die Sonne scheint übers Land. Ihr Kind, es ist Zeit zum Schlafen, schließ die Augen, vergiss alles Leid. Frei von Frieden, von Heimkehr und Wiedersehen, frei von Frieden, von Frieden, frei von Frieden für eine Zeit. Lieben für Heilige Zeit.